moin moin meine freunde herzlich willkommen zurück im qualifying von großbritannien virus hallo immer ich warte jetzt noch ein bisschen dass mich gerade der virus schon wieder unterwegs nein was ein wunder ist geschehen ich habe es genau zu leben ich habe auch was vor mir ich habe es gerade gesehen dass hinter der ferrari und da komme ich kann ich sagen ich bin noch nicht raus gerade ist eine hemmelwurst an mir vorbeigefahren oder war das bot das kann auch bot das gewesen sein shit ja ich habe ein bot das glaube ich vor mir oder ein hemmelwurst ich habe ein bisschen langsamer damit die wenigstens ein bisschen abstand kriege hier ja hinter mir das sehe ich was da ist gut ich habe hinter mir freie bahn da kann ich ruhig ein bisschen die kurve die du gerade genommen hast die finde ich scheiße und danach geht es dann ab diese diese kleinen ovale kurve da ja ja die halbkreis kurve so 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 stelle ich jetzt schon mal auf max um weil er gleich die ziel hier kommt hab alles schön auf verstappen umstellen ja jetzt habe ich genug platz außer natürlich wenn jetzt einer aus der box fährt dann ist natürlich katastrophe für ein da hat man sich den schönen platz da gemacht und dann wenn ich gut jetzt ja und da kommt direkt einer raus aber ich habe platz noch gut ja und jetzt schön von oben runter raus dingen sind auch masser krasses werden verstappen er war schnell jetzt so langsam zu langer virus so langsam jetzt so langsam wow wow box stop nur weil es sich langsam anfühlt heißt nicht dass langsam war manchmal sind die langsamen dings echt schnell ich glaube an die zeit komme ich nicht an doch alter leck mir hat er gut wird noch vorher die weißen reifen ich habe weit und breit vor mir kein hinter mir kreis gott sei dank aber immer spannend ob so bleibt auf jeden fall jetzt mal reifen schon ab in die box alter wie schnell das benzin runter geht obwohl man auf mager stehen hat das ist echt aber ich wette ferrari muss auch noch fahren deswegen ist da wieder eh nicht sicher da vorne mal gucken ja was hat denn jetzt schon wieder gemacht der bot das rast an mir vorbei richtung boxe gasten drauf zu ja die können das echt gut die kultur kurz vorher richtig stark abbremsen ja also meine reifen sehen doch gut aus 9764 ja bei mir auch ja das ist gut komischerweise wir haben noch benzin für eine runde und ich werde gerade kommen gerade in die box ist ja auch wieder mal super was aber jetzt timing ja do the link and let me do they see alter wie viel auf 134 geht voll ab hier ich sehe schon kommen hier sind die anscheinend ziemlich schnell die jungs keine ahnung warum tatsache diesen oha ziemlich flott unterwegs auf dieser strecke muss man sagen da ist nicht viel platz zwischen uns und den erst und zweiter sektor war ich und dritte sektor war der reichkön der beste alles klar gucken ja es aber siebenhundertstel vorsprung das müsst ihr eigentlich ja jetzt müssen wir die ganze zeit noch zu gucken wie grausam euer geht jetzt fix wer muss denn noch hat ja schon mal seine klingel aufstellen so oder perris hat rein das bett das bett das okay bequert auf neun sehr schön jetzt immer nur zehn oder neun das ist zum kotzen die beiden finden hintereinander ja wenn das so bleiben sollte aber mal gucken wer fährt denn gerade das sieht doch gar nicht mal schlecht aus hier was er jetzt hat sie dann fabriziert komm gib mal gas das thema hat sich erledigt trottel die alle die box rasen alter holy moly und der ricardo bettelt sich hier mit dem erixen oder werlein da fahren die nächsten raus jetzt wird es wahrscheinlich wieder voll 1 2 3 4 5 6 7 aus der box alter hammer heftig generell die beiden williams sind auch raus guck an es waren wahrscheinlich alle bis auf wir zwei wieder 15 stück sind schon schon mal gut der bottas hat schon mal was vor sich scheiße reikölen hat platz das ist nicht so gut vettel hat semi platz und die anderen horn zwoggles hier können einem glaube ich eh nicht gefährlich werden hoffe ich doch mal das wird ja spannend jetzt mal spannend weiß man gar nicht wie beim zugucken soll bei so viel auswahl die anderen Ah, gucken wir mal dem Haas Willi hier zu, gucken wir dem Grandjean mal zu. schon beim hamilton aber es ist eh nur noch ja wir kriegen es eh nicht mehr mit die zeiten können wir gleich so gucken das kann ja was geben ja die wir reikern hängt er wieder dahinter so blau weißen fester und da hinten habe ich mal silberfall mäßig ist gesehen hängt hinterm erigsten kommt schon reikern und man könnte ihm aber dafür dass ich wieder ein bisschen zeit versaut so wollen wir gucken 321 wir uns das zweiter geblieben aber auch zu voll für die anderen idioten aber wie war das noch mal mit der 55 things grid strafe gespannt wo es wird die so was haben wir denn da quert nur auf 14 peres auf 99 geblieben ja mein lieben freund ich würde sagen wir sehen uns im rennen wieder bis gleich haupt rein